Herzlich Willkommen zurück zu Guardians Crusade. Die Stimme war jetzt schön hoch. Ähm, ich bin grad ein bisschen verwirrt. Wir müssen da lang. Ich wusste beim letzten Part ausmachen. Ich werde vergessen, ob die oder die andere Richtung. Hätte jetzt auch einfach nochmal nachgucken können, ne? Na gut. Ich würde sagen, wir starten in den Kampf. Ist immer das Beste, was du machen kannst. Oh yeah, stimmt. Wir sind ja bald Knorke. Was? Ich bin grad auf den Satz gekommen. Na gut. Ja, die Gegner hier besiegen ergibt wenig Sinn von den EP. Momentan. Ähm, ja. Okay, gehen wir und finden wir das Baby. Genau, das ist unser Plan. Das süße, kleine rosa Monster finden. Ich würde jetzt hier erstmal schauen, dass wir so eine Sachen verzieren. Ähm, okay. Perfekt. Und wieder voll. Noch geläuft. Ich hoffe, es war hier lang nicht, dass wir jetzt wieder rauslaufen. Nee, rauslaufen nicht. Wir würden dann einfach nur zu den Viechern laufen, ne? Guck mal, hier waren wir noch nicht. Ähm. Ja, verstehe ich vollkommen. Ah, ach so, hier hoch. Ja, ja, okay. Cool. Wasserfall. Schön, schön. So. Oh, guck mal. Neues Helferlein. Mai. Meilenbombe. Mai. Okay. Kann ich immer nur eins ausgewählt haben? Hm, ausgewählt haben, oder wie war das? Helferlein. Ah ja, okay, okay. Meilenbombe. Zurückgelegt, Entfernung 0. Explodiert nach drei Runden abwehrbar. Können wir da irgendwas machen? Wählen? Okay. Okay. Ausprobieren? Ach komm. Vielleicht gibt's so andere Gegner. Wer weiß? Ich nicht. Ab PP muss ich ein bisschen aufpassen. Ja gut, dann machen wir erstmal... Ja komm, komm. Kostet mich erstmal keine PP. Obwohl ich eigentlich nicht die Angst habe, dass die in letzter Zeit alle gehen. Ist aber ein schönes Spiel, super entspannend. Komm. 17, 17 EP. Mal sehen, was wir mit der ganzen Kohle dann machen können. Was ist das hier? Okay. So. Rechts und links. Die Kontrolle vibriert von mir. Findest schön, wie hier die Blutschock-Version-Dings da benutzt wird. So. Äh, Aquaman. Was ist denn grad los? Sprachfindungsschwierigkeiten. Sprachfindungsschwierigkeiten. Ja, das ist deutsch. Uh. Hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass der gut ist. Okay. Muss ja voll aufpassen. Hälfte des Lebens ist einfach weg. Hilfe, Erfahrungsplatte. Ne, das ist ja mal großzügig. Wir können auf jeden Fall nochmal heilen. Da muss man gucken. Haben wir irgendwas? Wirkt als Gegenmittel. Wir haben jetzt aber nichts, was... Guck mal, Waffe. Na, ne. Ja. Wie sieht's aus, wenn ich nochmal auf Ausrüstung gehe? Eisenswert wird das Beste sein. Genau. Gut. Ähm. Mhm. Okay, haben wir noch nichts. Eine Ring oder irgendwas. Okay. Das sieht gut aus. Neuer Gegenstand. Schokoriegel. Mhm. Wenn ich, äh... Können den kurz mal benutzen. Ach, dass die uns so viel Schaden jetzt machen, hier? Schokoriegel. Benutzen. Das ist okay. So, das war das. Ah ja, okay. Also, es geht schon hier irgendwo weiter. Da muss man aber langsam mal ankommen, ne? Oh, okay, okay. Ah. Da ist jetzt natürlich, ob, äh, äh, heilen oder nicht, oder? Er schläft. Wie kann man an so einem Ort schlafen? Was, du redest am Schlaf? Du kannst nicht mehr essen? Du hast doch nicht... Ähm, ähm, Eierschein. Das ist nicht gut. Qua, Qua, oh, oh. Einfach volles Baby, das war weggesnackt. Sind nicht grad gut gehypt. So, ich muss mal schauen. Elferlein. Ähm, Heidgruppe ein wenig. Explodiert nach drei Runden abwehrbar. Verursacht bei allen Lichtschaden, auch bei mir halt. Je weiter, desto mehr Schaden. Benutzt Stab als tötiger Buffer. Verursacht Feuerschaden. Legt Dunkelheit über alle. Bringt einige TP. Hier, lebt das Ziel mit einem Blasfall. Ähm, verursacht Feuerschaden. Würde ich damit mal gehen, ne? Ja, so ein bisschen auf Pokémon angelehnt, äh. Okay, greift direkt an, ne? Ja. Uh. Wie schlag. Ja, der saß. So, und dann würde ich auch noch nehmen. Drei, glaube ich, auf einmal, ne? Benutzt Stab als tötiger Waffe. Das gefällt mir. Zwei PP. Also, den kannst du eigentlich immer mit reinbringen. Vielleicht müssen wir uns doch noch heilen, aber glaube ich eigentlich nicht. Ah, ja, okay. Zehn. Ja, ich meine, aber jede Runde, ne? Dann ist das okay. Ich würde aber erst mal hier auf Kampf gehen. Vielleicht müssen wir uns gleich heilen, separat. in ihr Stock. Ja, zehn, ne? Aber dauerhaft. Das ist okay. Mit zwei PP. Energiesturm, mal sehen. Nicht, dass es einfach K.O. Das wäre fatal. So, und würde ich hier einen Hamburger essen? Ja. Solange der anderen Gans genassen werden. Schön. Und Leben ist auch voll. Weil es 49 Erfahrungspunkte und 73 Probleme. Neues Level. Krimmel 12. TP ist auf 114. Max PP auf 14. Schade. Stärke auf 24. Energie auf 29. Fitness auf 28 mit SZ. Erfahrung 600 Euro. Und Ausstieg 717. Oh, läuft. Neues Helfer hat einen Auszeit. Könnte auch ein T sein. Komm, Ben. Er ist K.O. Gehen wir. Muss nicht getötet werden. Er hat nur seinen Nest verteidigt. Ja, ja. Und sein Kind verloren. Es tut mir leid, Vögelchen. Wir wollten keinen verletzen. Machen wir lieber, dass wir rauskommen, bevor der Fuge erwacht. Von da drüben kommt dicht. Es könnte ein Weg nach draußen sein. So, und der ist jetzt bei uns, oder was? Komm schon, was machst du da? Beeil dich. Eco Inc. Er ist einen schweren Stein. Was? Du möchtest den Stein mitnehmen? Vivo. Was? Nein. Einer hat mich... Ah, wie hieß denn das? Pokémon aus der goldenen Edition. Äh, 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 liegt nur auf der Zunge. Ich hatte die goldene damals. Ich habe eine Klarfahrung, aber mir fällt der Name nicht an. Oh, oh. Warte. Nein. Bist so schwer. Wir werden abstürzen. Okay. Amos sagt, glaubst du, dass es ihnen gut geht, Martha? Lass uns hochgehen und nachsehen, Amos. Okay. So sind wir wieder in der Stadt. Lass uns mal sehen, wie ich meine Vieh füttern kann. Oh, du bist schon auf. Oh, mein Kopf. Bist du in Ordnung, Junge? Ich habe dich heute Morgen aus dem Fluss gezogen. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich dich treiben sah. Sag, wie bist du überhaupt in den Fluss gefallen? Wir waren in der Höhle und ein großer Monstervogel. Wir sind gerannt und dann... Beruhige dich. Ihr seid hier sicher. Atme tief durch und erzähle mir, was passiert ist. Es fing alles damit an. Sehr, sehr cool gemacht. Und, äh, ich glaube, wir sind jetzt in einem anderen Dorf, ne? Du kannst vom Glück reden, dass du noch lebst. Willst zum Turm Gottes? Das hört sich gefährlich an. Guten Morgen, oder besserer Abend. Wer hat dich hierher gebracht? Ach ja, das war ich. Das war ja ich. Gern geschenkt. Ich trug dich hierher, nachdem der alte Mann dich rausgefischt hat. Mit deiner lauten Stimme kannst du einen Totenbecken, Bonik, sagt Amos. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Bonik. Wenn ihr etwas braucht, findet ihr mich nebenan. Welchen Händler? Oh, danke. Ich habe gehört, ihr wollt zum Turm Gottes. Wann will man dorthin gehen? Man kann da nichts verkaufen. Ha 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 ha. Meine Stimme ist zu laut. Ha 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 ha. Als ich klein war, hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Bonik, du bist nicht so groß wie andere. Deshalb musst du lauter sprechen, damit die Leute dich wahrnehmen. Hm, mein Name ist Napoleon. Komplex, ja. Ha 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 ha. Ich würde ja gerne bleiben, aber ich habe noch viel zu tun. Naja, ich wünsche eine gute Nacht. Sind alle Händler so unangenehm? Komm Amos, es ist Zeit fürs Bett. Du hast recht, lass uns etwas schlafen. Gute Nacht, Jungs. Ben, lass uns auch etwas schlafen. Es war ein harter Tag. Was, du bist nicht müde? Was für eine süße Katze. Wie heißt du denn, Katzchen? Die hat nicht mal Augen. Bisschen creepy. Was für eine nette kleine Lampe. Weißt du, hast süß gemacht. Er wirklich alles, du kannst dir fast alles ansprechen. Dieser Schrank ist in einem guten Zustand für sein Alter. Das ist ein bisschen fies. Hey, jemand hat vergessen, das Buch zu schließen. Ein Bett. Ach, echt? Immer noch ein Bett. Und kann ich mit dir reden? Ja. Oh, niedlich. So, warte mal. Kann man drehen? War... Nicht hier. Kannst du auch nicht schlafen? Okay, da können wir nicht durch. Damit wollen wir wahrscheinlich nicht nach unten gehen. Äh, hier. Diese Duschzeichnung ist für diesen Raum genau richtig. Hm. Hallo, könnt ihr nicht schlafen? Möchtest du mal sehen, was ich verkaufe? Ja. Verkaufen kann ich ja auch. So, warte mal. Oh, Schießberger für 500. Wir haben... 1410. Genau. Mit ein paar TP zurück. Gibt einige TP zurück. Kaugummi. Das kann erhöht den Mut. Oh, wichtig. Ja, wir haben versetzt in Panik. Alexander Feiermann. Nein, tut mir leid. Das habe ich einem Kunden versprochen. Versetzt in Panik. Ich glaube, es sollte euch das umsonst geben. Ich glaube, es sollte euch das umsonst geben. Funktioniert das auch mit einem G-Spider? Komm, erhöht den Mut. Ich glaube, es sollte euch das umsonst geben. Okay. Dobis. Fuck. nicht dass meine taten auch genug ich verniere meinen guten namen wenn ich mein wort breche vertrauen ist wichtig wenn man einen eigenen laden eröffnen will du gehst zum turm gott zum turm gottes oder also gehst du richtung osten durch ist vielleicht treffen wir uns da das wäre das nicht lustig bei guten geschäften lade ich euch ein naja ich muss jetzt schlafen ich muss morgen früh raus jetzt haben wir unser inventar voll geballert komm gehen wir einmal drauf weiß nicht irgendwie speichern etwas haben wir immer die blauen jetzt cool gemacht ja zwei stunden 18 sind wir schon drin ja gut part 5 oder was so ok äh wir könnten mal gucken ob wir bei ihm nochmal verkaufen können irgendwie mhm dann kannst du not sagen so das ist aber liebevoll dir sein da kannst gar nichts sagen 400 lebensweisen der erfolgreichen leute das kommt wohl als nächstes ach das ist aber viel liebe zum detaillieren dafür dass das bei uns so gefloppt sein soll wird auf jeden fall durchgespielt diese ecke braucht nicht das muss ja nicht immer alles so feine fantasy von einer komplexität haben das ist doch schon ist doch angenehm hier schönes ding das zockst du mal schnell durch hast einfach eine schöne zeit das wäre ein guter ort um bücher zu lesen hier übers licht das wird nur oft passieren dass ich auf dem kanal so eine sachen durchspiele ähm wie gesagt wenn es gar nicht läuft drei stunden parts und dann ist das ding ja eher relativ schnell gegessen ich hatte meinen spaß die leute die es sehen wollen hatten ihren spaß und das ist gut guten morgen ben, guten morgen, ne harni, guten morgen äh wie ist der name des kleinen? ich weiß es nicht, hey wie ist dein name? Glück hast du keinen namen? spranggubluk hm vielleicht sollten wir dir einen namen geben es könnte ein guter namen zu dir sein der name von ihm wurde einfach voll ignoriert ich hoffe wir sollten dich einfach Baby nennen ,、 was meinst du ben, wirst du... wie wir es nennen sollen Das ist ein schöner Name. Was hältst du von dem Namen Baby? Baby, das ist ja schöner. Gefällt er dir, Baby? Das Mobbing ist grenzenlos. Du magst ihn? Es ist wirklich ein schöner Name. Oh, mir ist ein bisschen fies schon, schon ein bisschen fies. Na, Baby? Oh, guck mal hier. Weißt du, von mir Katze mehr Mau? Mhm. Ist ja einfach gar nichts. Ah, noch nicht, noch nicht. Ähm. Genau, was ich mal ausprobieren wollte. Abschieden wir uns vom Wirt und seiner Frau und gehen. Äh, Inventar? Kann ich... Achso, Baby hat auch ein Inventar. Der Name, ey. Äh. Kann ich mal Baby geben? So, vielleicht mehr zum Leben aufhören. Kann ich dafür auch was geben? Hm. Achso, warte mal, warte mal. Ach, gucke mal. Das heißt, äh, Baby wird unser Essenslager in Lager. Laber, laber, laber. Okay. Vielleicht sollte es aber auch genau anders... Ich lass das erst nur so. Vielleicht sollte es genau andersrum laufen. Ich würde gerne verkaufen. Hast gereinigt ja alles, ne? Und du? Ja. Kann ich da Katze irgendwas geben? Das war ne nette kleine Lampe, jetzt kann es auch los sein. Hat Bunnicke euch geweckt, als er ging? Bunnicke ist schon weg? Wir wollten uns noch für gestern bedanken. Ich werde es ihm ausrichten, wenn er das nächste Mal kommt. Bevor ihr geht, wartet. Wartet. Sie ist hier irgendwo. Ah, hier ist sie. Bunnicke hat mir das vor längerer Zeit gegeben. Ist das eine Art magische Karte? Brauche sie nicht mehr. Ich dachte, ich sollte sie euch geben. Wenn ihr zum Turm Gottes geht. Sehr geil. Neues Helferlein. Globus. Sehr cool. Nein, das können wir nicht. Nach allem, was ihr getan habt. Papalapap. Ich will, dass ihr sie nehmen, bitte. Okay. Wollt ihr hier über Nacht bleiben? Es ist für Sie, Mr. Riverby. Sind nicht verrückt? Ne, ha, nie. Seid für mich wie Enkel, die ich nie hatte. Bitte, wir wollen, dass Sie es nehmen. Dann gibt der Frau, das wird es 20er. Wenn ihr es wirklich wollt. Danke, Lehan. Das ist mit dem Stick ist so harte. Diese Kinder muss man einfach lieben. Euch und mich zu haben macht eine alte Frau wie mich so glücklich. Danke, Ben. Danke, Mehani. Mehani. Danke, Baby. Das ist absolute Freigkeit. Okay. da ist noch nicht wieder da das heißt wir gehen jetzt runter und vielleicht können wir jetzt hier dabei katze es wäre krass wenn das der punkt wäre wie du an das paket kommst ich sehe gerade nix ne steht immer noch da die katze wenn ihr irgendwann eine bleibe braucht lasst es uns wissen okay dankeschön danke mit ihr spreche ich nicht mehr danke für eure hilfe misstern ist das wie ich sie auch wiedersehen steht hier dann die küsten kneipe das ist ein guter name für eine kneife ok ja stimmt schon cool aber muss es ja küsse geben und es gibt eine küsse das so geil ich hätte gern verkauft dachte nicht dass gleich wenn ich einfach alles von ihm mitnehmen hier komm zeig mal eine helferlein ist ja jetzt immer dabei ne scheint mir so ok so helferlein da gehen wir auf preisert sich in den feind wenn wir mal ausprobieren ja komm explodieren macht auch 10 cool wie viel habe ich denn 40 dass ich das nur so mache und den rest rest so ja ne habe ich zwei viecher okay ok ok ist ja fast hin ok dann erstmal kampf wir haben muss vielleicht leveln seht mal gleich ihr beide ihr haltet beide 16 tp und rein 20 robine neues level geil baby von 1 auf 2 38 tp 6 8 stärke finden das auf 18 erfahrung 16 und geil jetzt muss erstmal leveln ah ist das ein geiles spiel schön so richtig schön seicht aber angenehm ähm kann ich jetzt hier die heilung einfach nehmen was macht auszeit verändert für drei züge alle schön zeig dem freien die weltkarte guck mal meilenbombe zurückgelegte entfernung deiner 28 ich glaube sagt feuerschauen achso hier na gut kann ich jetzt auch nichts anderes als welche rauf gehen wow ok 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 doch größer als gedachtes spiel cool so aber erstmal müssen wir ein bisschen trainieren bb hat 16 tp lassen wir das erstmal so ich hoffe jetzt nicht dass er gleich umfällt vielleicht sollte ich einfach direkt angreifen oder heilung ja ich gehe direkt auf angriff sehr geil reißen auf mich nein mal sehen was jetzt passiert wie er da liegt aber ärgerlich kriegt er ip ok du hältst ach Mist ey so das heißt wir müssen ihn jetzt erstmal heilen und zum nächsten mob hinlaufen so bringt er ja grad gar nichts ok warte mal was ist und werde ich auch babydurke äh ach guck mal füttern wandung wisse ok füttern ja mit dem was er vielleicht drin hat was wir holen achso ich glaube er kann sachen so holen in der welt so baby äh viermal ok nehm ach ok er hat ein inventar was ok 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 so jetzt gehen wir hier mal auf baby auf füttern hamburger baby sieht glücklich aus so einfach wie sieht es bei ihm mit dem aus ok wieder voll wieder voll sehr schön äh so da füttern da füttern kreis ich will den jetzt erstmal ein bisschen leveln ok ja angenehm zum leveln hier 1-2 level und dann hält er ja auch ein bisschen was aus 7 schon mal er hat sich da einfach hin sehr gut und er hat keinen schaden bekommen hat er hat er jetzt auch keine ip bekommen was für mich ist ok ich glaube der hat erst keine ip bekommen ok wir müssen da ein bisschen üben ok und jetzt muss ich noch einen helfer in deine rein holen oder so ich glaube aber nicht dass es das ist ich meine ich level halt auch dadurch gehts ok er hat gebissen ok geht noch beide 18 ip sehr schön neues level baby ist auf level 3 44 tp stärke 10 energie 8 fitness 20 erfange 46 so warte mal er hat jetzt insgesamt mal sehen wie viel er hat ich glaube ich muss ihm jetzt wieder was geben ähm ausrüstung muss ich hier wieder nehm ich ausrüstung äh baby ein so ein inventar baby nehm und nehm so enough baby guttend hamburger baby sieht wirklich aus vielleicht hätte ich den namen doch ändern sollen er darf halt nicht wieder so ne blöde attacke machen ne weissen das okay okay geht wieder noch einen davon aushalten schon als level ja geil so 50 dann okay erfahrung 66 aufstieg 82 bin jetzt natürlich wesentlich höher aber das ist ganz gut weil er so jetzt natürlich ganz schnell aufsteigen kann weiß ich wofür die grünen aber ich muss das mal sehen ob es das auch ameisen sind okay okay bitte nicht wegkommt okay glück habt sehr gut wird ein neues level geil so von 45 das was wir geben ihnen gleich haben was zu futtern bin der schokorie sehr gut das gehen wir ihm jetzt nämlich so baby füttern schokorie sieht glücklich aus so und hat 49 tp erreicht aus so aber wie es weitergeht erfahrt am nächsten part wins gefallen hat super gern daumen nach oben euch ein wunder wunderschönen abend und in drei tagen geht es weiter bis dahin